Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Oxmax Die mit eurem Mr. Freak Freak O. So, wollen wir mal gucken. Mittagspause haben wir letztes Mal nicht geschafft. Ich sehe hier, wir können ja was verbessern. Mit 31 Schädel habe ich schon. Wollen wir mal irgendwas verbessern, ne? Damit wir hier mal abkacken, ist ja nervig. Ja, verbessern. Alle Verbesserungen sind endgültig. Keine Rückerstattung. Joa, egal. Machen wir mal. Stachelfallen, ne? Blablabla, ja. Keine Ahnung. Kann man einmal verbessern. Oder diese Wanddinge hier noch verbessern. Joa, machen wir. Öh, Brikaden. Barrikaden, nicht Brikaden. So, machen wir das noch mal. Meine Bogenschützen, würde ich sagen. Ach, reicht schon nicht mehr. Drei haben wir noch. Ja, wird wofür nichts mehr reichen. Ne. Ja, gut. Das belassen wir erst mal so. Und zieht es jetzt nochmal durch hier. Mittagspause. Ja, da wollen wir mal gucken. Müssen wir doch mal endlich schaffen. Ist ja auch immer doof, wenn ich da so Folgen hochladen, wo ich verliere. Ja, aber ein bisschen langweilig, ne? Sowas wollt ihr ja nicht sehen. Ist sowieso schon ein bisschen eintönig. Ne? Ihr könnt mir auch mal ein paar Vorschläge machen, was ich dann so zocken soll. Sowas in so einer Richtung, so Tower-Defense, sowas macht eigentlich schon Bock. Aber irgendwelche Ego-Shooter würde ich auch mal, spiele ich auch mal öfter. Ich habe den alten Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte betreten. Er schaute ganz finster und sagte, schau dir nur ihre zerstörte, tote Welt außerhalb der Festungstore an. Dann kannst du es dir vorstellen. Naja, er hätte auch einfach sagen können, das wäre übel. Ja, das wird es. Mal gucken jetzt hier. Muss doch endlich mal klappen. Vielleicht noch ein bisschen weiter hier hinten. Ja, so. Mein Bogen ist euer. Hier noch ein. Oder ein bisschen im Wechsel. Ja, so. Mehr können wir jetzt eh nicht machen. Los geht's, würde ich mal sagen. Dann kommt mal. Ich hoffe, diese Verbesserungen bringen auch was. Aber, da sehen wir ja gleich. Müssen ja was bringen. Sonst wären es ja keine Verbesserungen. So. Ja, das ging halt schon relativ easy. War auch die erste Welle, ne? Weiter geht's. Nicht, dass ich gleich meine Bogenschützen wieder kaputt machen. Oh nein. Weg mit euch hier. Oh, gleich kommen sie von unten hier, glaube ich. Mal ganz schnell was hinbekommen. Ah, sie sitzt unten. Genau. So. Ach. Oh, jetzt kommt sie wieder deftig durch hier. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, jetzt rennen sie hier schon überall rum. Fuck. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber solange keiner ins Portal kommt, geht das schon mal. So, jetzt lasse ich mir mal ein bisschen mehr Zeit hier zum Bauen. Ganz vernünftig. Nicht immer so hastig. Mal ein bisschen mit Verstand. So, nehmen wir erstmal... Die rennen ja auch hier immer ganz gerne lang. Dann ist die Kohle auch schon fast wieder weg. Ja, irgendwie noch. Ja, viel können wir jetzt nicht machen. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das klarkommen. Los geht's. Jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten. So, auf beiden Türen. Oh nein, da laufen die kleinen schon wieder. So wie es aussieht. Ganz schnell mal dahin. Oh ja, jetzt treiben sie meine Schützen an. Das ist gut. Oh nein, da wird schon wieder einer abhauen. Wie ich es gerade sehe. Aber nicht mit mir. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Ich haben wir. Oh, jawoll. So, jetzt müssen wir mal hier den... Wo die in der Mitte alle kommen. Hier alles mal versperren. Irgendwie drei. So, von beiden Seiten. Oh, schon wieder keine Kohle. Das gibt's doch gar nicht. Mama mia. So. Ist das ein Nieder? So. Ja. So. So. meine bogen schützen kaputt man sich alles alleine jetzt werden es aber viele hier werden so ein bisschen gebremst aber trotzdem wird es auch eng und schon kommt schon kommt schon kommt schon weg 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 Alle weg hier mit euch. Oh yeah. So, das haben wir noch mal gerade so gepackt. Ich muss hier mehr tun. Mehr hier hin. Noch mehr. Absolut. So, hier. Hier. Ja, dann können wir noch so eine Stacheldinger hinballern. So. Und jetzt wieder auf hier. Oh, jetzt wird's deftig. Bisher hat noch keinen durchgelassen. Eigentlich relativ gut. Könnte aber trotzdem besser sein. Ah, hier schon. Oh, jetzt aber hier. Nein. Oh, guck. Scheiße. Ah. Wo ist er? Da hinten. Ach, Mist. Und jetzt ist die Pause. Drei durchgelassen. Ach, verdammt. Na gut. Aber jetzt müssen wir es mal besser absichern. Ja, hier ist ja... Ja, die von unten dann noch. Hier. Hör. Wieso steht denn da falsch rum? Ach. 600. Ja, stellen wir doch mal wieder richtig rum. So, stellen wir da wieder hin. So. Das müssen wir hier sehr gut absichern. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Die rennen ja immer ganz gern hier dran vorbei. So, irgendwie hier rum. Das wird ein Spaß. Ah, die kommen... Ich weiß nicht, ob die da noch durchkommen. Ich komme nicht durch. Ich weiß es nicht. Ja, so. Hm. Dann gehen die ja wahrscheinlich hier lang. Ja. Das wird Spur hinterlassen. Ja, dann gehen sie ja wahrscheinlich da so lang. Dann können wir hier noch so... Hä? Ja, so. Äh, hä? Wieso geht das hier nicht? Muss in der Wand platziert werden. Da geht das Passas nicht hin. Aber da, oder was? Hä? Oder bin ich jetzt blöd? Na ja, dann machen wir doch eins nach da hin. Ja, genau. Und hier noch so ein Stachelteil. So. Ja, das war es schon wieder. Ich würde sagen, wir gehen aber nach oben. Und wären da jetzt zuerst ab. Los geht's. Oh, diese kleinen Ratten. Diese kleinen Ratten. Oh, das sieht ja ganz gut aus. Aber ein paar kommen schon wieder durch. Wie ist das so? Naja, ich würde erst mal... Oder... Ich frau die meine Bogenschütze. Ach nein, wer kommt denn da durch? Verdammt nochmal. Da kommt doch gerade wieder... Oh, sehr gut. Sehr gut. Aber da ist trotzdem noch einer. Der durchgekommen ist. Mist. So, wieder so ein... Stimmt so ein kleiner. Ach. Der Gole hier. Ne, ein Roder. Der Horn. Oh, bloß ab. Ba, 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 ba. Ich bin mit Energie. Dann habe ich dich. Oh, ich bin mit Energie. Wenn ich mich einmal schläge, dann ist es jetzt fertig. So, jetzt ganz schnell. Abwehren nochmal da unten. Ganz schnell. Am besten nochmal Bogenschützen hierhin. Eigentlich sind die ganz gut, finde ich. Oh, komm schon. Stell dich doch mal da hin. So. Ach komm, einfach mitten rein hier. Hier auch noch einer hin. Ich glaube, ich muss mich mal hin. Hier geht den Weg. Ja. Jetzt ruf hier. Ja. Alles abwehren. Alles drauf. Ich bin mal gespannt, was da noch für Maps kommen. Wenn ich hier schon relativ schlecht abschneide. Ach, nein. Oh, oh. Komm schon. Ein Bogenschütze ist gefallen. Ein Bogenschütze ist außergewicht. Oh, oh. Mann, jetzt kommen die da schon wieder durch. Das gibt's doch nicht. Hey. Die blöden Viecher. Okay. Mal schön auf die Rüge schießen hier. Ein Bogenschütze ist gefallen. Na, alle fallen sie. Eine Welle gleich noch. Okay. So. Was machen wir denn mal hier hin? Fünf. Die war immer gut. So, hier noch so ein Teil. Die letzte Welle. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Ich hoffe, nicht mehr zu viel. Werde ich ja wohl noch wenigstens schaffen. Boah, wer kommt da jetzt über alle durch? Da oben geht es schon wieder mächtig zur Sache. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Ich zeige keine Burgschützen. Oh nein! Du bleibst mal ganz schön hier, Mann. War jetzt auch schon wieder einer? Du bleibst mal auch hier. Alter, wieso treffe ich den dann? Oh, nee! Ey, ihr kleinen Viecher. Klein hasse ich. Oh, ja! Alter, wieso treffe ich den dann nicht? Da hinten auch schon wieder. Jetzt wird es aber echt mächtig deftig hier. Ja, Mist. Ey, fuck, fuck, fuck. Das kann nicht sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, das ist doch die letzte Welle. Nein. Oh, jetzt wird's. Oh, Gott, den schaff ich nicht. Oh, Mama. Acht nur noch. Also, wir sind ja nicht mehr hier. Boah, in der letzten Runde noch so viel abgekackt. Das gibt's ja wohl nicht. Na, wo wir trotzdem geworden sind. Leider ein bisschen unverdient. Äh, fast schon unverdient. Zwei Schädel nur. Lächerlich eigentlich. Statistiken, was sagen die? Ja, guck mal, ein Schädel hab ich noch viel Zeit bekommen. Gerade noch so. Oh, Mann. Na gut. Ah. Dann sag ich mal, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Mit eurem Mr. Freak, Freak. Oh. Ciao. Bis zum nächsten Mal.